Was geht ab? Ich bin ein Schildchen. Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Red Global Offensive. Offensive. Hallo. Faker. Offensive. Hier ist einer oben. Guck da mal weiter hin. Ja, der hat mir direkt einen Headshot gegeben. Ist einer weg? Der ist noch in dem Zugleis-Ding. Ja, der trifft ja nicht. Verstecken. Einer von hinten. Yo, instant Headdy, ist klar. Hatte mir auch gegeben. Der Charter hat drauf mit dem Ding. Ah, der nächste Header. Das waren drei Headshots von dem. Wenn der J auch noch macht. Ah, vier Headshots hätte er ohne gegeben. Nicht schlecht. Das ist ein fucking Hacker. Na, die ersten zwei. Der kommt aus Uganda, Junge. Ja, mit Sicherheit. Meinst du nicht? Stimmt. Der kommt aus Uganda. Vielleicht. Große Wahrscheinlichkeit. Man könnte ihm absprechen. Ich wollte krass angekündigen. Oh du blablabla. Oh du blablabla. Now is the time with us. Das läuft. Das war jetzt brainer. Ach Jay. So, mal gucken wer zuerst den Headshot von Chart bekommt. Ich komm einfach nicht. McLovin heißt der. Hammer geil. Oh, einer ist unten drin. Oh, ja ist klar. Ich glaube diese Runde werden wir uns ein bisschen anstrengen müssen. Ich glaube auch. Okay. Ach komm f*** dich doch. Hast du einen getroffen? 2 Treffer 64. Ah okay. Hm. Ich fress die ganze Zeit nur Kirschen. Das ist schön. Ha. Mal langsam. Frisch und aus dem Glas. Die haben sowieso schon. in der zweiten Runde M4 und so weiter gekauft. Jetzt. Jetzt gibt's auch Fressbrett. Was ist über uns gewesen? Gehst du nach oben zu B Hardy? Ja. Nice. Dann warte ich lange. Ich versuch's immer hin. Willst du mich mal kurz pushen dran? Ähm. Schmeiß mir mal ein kleines Kirschchen rein. Ja. Fuck dann ist der gekommen. Ey. 33 hab ich dem gegeben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Verschieben durch die Mitte. Okay gemacht. Rego Bram. Ich hab ne Waffe. Oben ist weg. Oben ist weg. Oben ist weg. Ich hab noch ein kill gemacht. Und die haben uns weg. Händler ist einer. Oh. Oh. Was labeln war da. Wird der noch? Also. Der Chat noch. Das erste was der mir gegeben hat war direkt mal ein Header. Der hat ne UMP gehabt. Wo ist denn der Wichser? Keine Ahnung. Der war bei B. Ja. Der wird denk ich mal die Bombe beschützen. Ich denke auch. Vielleicht sitzt der im Gang da hinten rum. Du kannst auf die Tonne springen. Der läuft oben lang. Der ist oben drin. Das ist Hardy. Achso. Oder? Vielleicht kommt der auch. Der lief halt über mentalischen Untergrund. Ja das war ich. Ja das war ich. Ja das war ich. Da ist er. Jo. Ja natürlich. Da sind wir nicht. Da sind wir nicht. Zug rechts. Zug rechts. Genau da. Jetzt nicht die Bombe aufnehmen. Da haben wir mal die Bombe aufgenommen. Soll ich? Tach. 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 Sorry. Ah der tut gar nichts. Alles Lappen. 7 0 läuft bei ihm. Wohin? Ich geh mal A. Guck mal ob ich was wegpicken kann. Ok dann geh ich mal unten A. Mal gucken ob ich da. Jabe ist wieder AFK. Jabe ist wieder AFK. Oh ich bin ein bisschen geflasht. Ich weiß nicht wo ich hinlaufe aber gut. Alles geht hin. Ah ich wusste dass das geht. Wo war der? War der oben im Fenster? Der war oben im Fenster. Da ist noch einer. Leute von hinten. Wer war unten bei mir? Ich. Boah ich hab richtig geschluckt ey. Ja und Chart gibt's schnell wieder da oben. Rechts die Treppe kommt auch einer hoch. Ohja Chart sitzt oben drin. Ja Bram soll mal versuchen zur A zu kommen. Oh ich bin mega geflasht. Das könnt ihr vergessen. Ihr kommt da nicht mehr weg. Ihr kommt da nicht mehr weg. Ja oben sitzt einer drin. Sehr schön. Also ich prophezeit Chart wird euch beide Bumsen. Chart habe ich schon gekillt ja. Achso. Dein Turn. Ach ja. Peter rennt lieber weg. Peter schmeißt lieber seine Waffe weg. Er hat die M4 genommen. Ich hab an Jay gedacht. Geil. Kriegt ihr sogar. Okay. Versuchen wir das nochmal so. Also ich kann mich nicht wieder neben den Gabelstapel setzen. Da wird er jetzt so nach Pro hingucken. Okay. Habe ich noch ein bisschen. Jo. Wo der andere war weiß ich leider nicht. Einer wollte in die Mitte kommen. Turn it out. Ohja. 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 Alter von ganz hinten schießt ihr euch mit der Diegel ab oder was wieder im Z? Krass. Die Bombe liegt nach vorne am Dings. Wo wollen wir mal? Peter los die Bombe. Krass. Hiss mich! Boah das war befreiend. Von unserem Spawn. Alter direkt ein Headshot. Der hat nur einen. Oh und einer durch die Mitte. Der letzte. Mittelgang. Er ist aber zurück gerannt glaube ich. Das hast du aber gehört Jay. Das der hinter mir war? Das habe ich ehrlich gesagt nicht gehört. Warum hätte das so viel besser? Der ist glaube ich über den Schnee gelaufen oder? Ja. Okay wie kann das sein, dass ich jemand nicht höre und ihr das hört? Du musst das Spiel auch noch machen. Ja aber dann höre ich euch nicht. Wie geht das? Wie macht ihr das? Ich scheiß einfach drauf ob ich euch höre. Weil bei euch kommt meistens sowieso nur BABABABABABABABAB. Das ist ein ganz guter Punkt eigentlich. Wir haben eine Eko bei Christian. Wir haben eine Eko bei Christian. Wir haben eine AFK. Ne. Ich muss kurz die äh lauter. Ich musste ne Kirsche hüssen. Nein. Ich musste das. Aua. Ich habe direkt geschluckt. Von unten. Mitte. Peter Link kommt dann. Zeig dich nochmal. Entweder kommt der connector einer oder der links Peter. Ja. Ich warte da nicht. Was vorgeht ehrlich gesagt. Ich sehe noch keinen oben drin in dem rechten Fenster. Und ganz rechts auch irgendwie keinen. Ja. Das ist es. Ich spawon. Als. Leute. Da kommt auch einer. Hoch. Grün hinter dir. Der steht. Der steht. Der steht hoch. Der steht hoch. Ne. Der ist oben rumgelaufen. Der ist links. Obendrin links. Das habe ich aber auch gehört. ich hätte nicht und obendrin links um die ecke war stark links können auch unten gewesen sein wir werden wahrscheinlich auch gehört haben dass du gerannt bist kann ich mir auch sagen vorstellen da kommen sie schon ja kommt doppelwagen ganz hinten easy game würde ich sagen ich dachte okay dafür gibt keine kirche als belohnen die frage sind die frischen los im glas die sind dr dr vater von jessica hat hier steht im smoke der steht hier direkt nicht hoch pushen das geht aber nicht das geht nicht doch ja fick mich aber trotzdem instant weg ich wusste nicht mal dass das geht das erste was ich mir holen werde wenn ich einen privaten garten habe vier sparen wir sehen können von allen anbieten auf dem flachdächer irgendwie so ein ding zu setzen das ist gefährlich ist ich weiß dass wir von den einzelnen hochhäuser oder sowas fällt da so ein ding raus das riesending was da so ein mammutbaum auf dem hochhaus stimmt geil aus da fehlt da noch einer der uns ja pre-shooting du uhrenkind ne machst du den oder du hast die bombe jane ich bin so scheiße mit der habe die bombe ist jetzt in deren richtung der andere kommt jetzt auch über den gang christian ne der kommt hier über b spawn ja b war gesagt mein gott bt spawn und ich rauskomme für die kaufen ich habe mir die p90 kochen können aber es gibt auch ein aufpassen kann mich nach einer ist unten rein sicher kommst du da hoch ich sie doch nur können von dem typ mehr dass der wahnsinn ich hab den schon heller gegeben mit einer aber auch machen müssen kurz wieder kaufen mitte sagte weiterer mein vorschlag jahr zu team ist aber trotzdem scheiße nur eine runde die werden uns gleich zeigen dass es keine ist also mitte kommt immer eine aggressiv die können wir eigentlich erwischen das ist doch ein witz wie die schießen das einfach mal bei t spawn warten gleich ja genau noch mehr scheiße auf das ist so die geld situation jetzt nur in der loser's round Jetzt, jetzt nur eine Loser's Round. Ohne Spaß, das war hier dann einfach warten. Ficker hat nicht so krass angenommen von dir, von den, von uns. Keiner mieser Ficker. Also Mitte geht einiges ab am Granaten. Oh, ich hab auch Pflanzen geschossen. Ah, der hinter dir oben drin ist einer. Läuft grad runter zum Spawn. Fehler rechts. Boah, ihr lasst euch trotzdem da wegficken ey. Komm, du bist richtig gut. Ah, der ist raus. Ah, der Internet ist gut, der ist ganz weg. Lass sie mal rauswohnen. Asuka. Ja. Okay. Jetzt haben wir einen Bot Oliver. Oh, ich bin wieder da. Cool. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp. Na, reicht's schon. OsterJ ist wieder da. Da. Das ist echt so ein Witz. Habt ihr euch, wer hat dem Hatter gegeben? Was ist hier gerade passiert? Übernimm den Bot. Dann war ich noch in der Camp. Warte, ihr habt keine Runde holt, während ich rausgeflogen bin. Schämt euch. Wie ihr euch erstmal kurz seelenruig angeguckt habt. Ich konnte nicht schießen. Ah, der wird unten bei B sein. Der wird mir einen Hatter geben. Ja, da unten ist er. Der wird mir einen Hatter geben. Ah, ist gut. Boah, du bist ja der übelste King, Alter. Ich geh so ab. Ich glaube, der hat 6-6. Das war ja nie. Wahrscheinlich. Komisch, ich dachte, der kennt die Bombe. Ich bin geplant. Ich bin geplant. Die Bombe hat geplant. Die Bombe hat geplant. Ich habe das mitgeplanten sein. Oh das scheisse. Jawohl. Jawohl, ohne sehr wohl mit. Kein ein Einkommen wegen Selbstmord am Arsch. Wo mache ich den letzten mal? Ich weiß irgendwie überhaupt gar nicht mehr, was ich gegen die machen soll. 490. Vielleicht nochmal Schrotflinte. Wenn nichts mehr geht geht die... Schrotflinte, jawohl. 490. Also in der Mitte sitzt ne Arme. Oh, wahrscheinlich sitzt du über ne Arme. Von unten. Ah, von unten. Aber von hinten auch schon wieder, man. Wir haben jetzt eigentlich ziemlich viele down, lass mal. Oh, der unten ist vollgekommen. Hä? Ich dachte, die kommen von hinten. Hab hinten die Schlüsse gehört. Ups, das tut mir leid. Du hast Peter erschossen. Ja, irgendwie sagt, oh, schon von hinten. Dann hab ich mich umgedreht. Du hast mich erschossen? Ach nein. Jetzt drück ich dem erstmal gleich. Hit, 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 hit. Pass auf. Ja, ja. Bad CT all. Da wär ich dabei. Oben rechts beide. Ne, nur einer. Da ist nur einer. Voll geil wie der sich da in die Ecke setzt und auf dich wartet. Und absichtlich Schritte macht, damit du da hochkommst. Jetzt hab ich wieder Echo. Ne. Wir haben so viel Geld. Du kriegst ja nicht mehr. Echt? Ja komm, nochmal hier. Du hast am meisten Geld. Boah, es hat wieder eine Red... Warum hast du ne P90? Wieso denn nicht? Nein. Achso, unnull. Du warst das. Warum nass mich mir denn keiner? Ja, weil mir dir Pete's Meat vorsteht. Entschuldige. Entschuldige mal bitte, ja. Ich wollte dich halt zu meinem Team bekennen. Ach, Bullshit. Wie Bullshit. Ich liebe Pete's Meat. Ja, und er drückt mir wieder an Header. Ist klar. Hadi, Vorsicht. Ich bin da. Boah. Er hat schon geguckt. Da kommen sie alle auf den... Von hinten. Von hinten auch. Ja, von hinten kommen sie nämlich auch. Ja, abgesnackt. Null. Null. Aua. Das ist mal A-Ren, Chris. Ich bin da. Ich bin tot. Oder Peter. Über mir. Über uns. Holy shit. Der ist zurückgerannt. Tja, tja. Da hast du wohl... Ich hab dir gehört, du A-Ren. Ist mir scheißegal. Das ist... Schnell genug ist er nicht. Er hat gehört, doch... Wenn der oben lang kommt. Klar. Vor allem, wenn du einmal aus dem Rücken kommst. What the fuck? Wenn der jetzt anfängt zu löpfen, dann haben wir ein Problem. Tut der ja nicht. Wenn er uns beide aber wie immer auch eindrückt, dann haben wir auch ein Problem. Das ist der letzte von denen. Außerdem sind die gerade nur zu viert. Also lass mal die Runde schnell beenden. Der kommt. Oben lang. So ein Scheiß, ey. 48. Die geht hoch. Der ist safen gegangen, Hadi. I'm going to do this. Hadi nicht. Ist Hadi egal. Scheiß drauf, Mann. Wir haben W verloren. Die kommen jetzt auch nicht mehr drauf an. Wieso? Wir haben Bot Albert als Gegner. Hadi kannst du mir legen? Ja. Ja. Warte. Ja, du willst mich verarschen, wenn ich genug Kohle gehabt. Peter, du bist als richtiger Pro, musst du damit klarkommen, was die Natur dir gibt. Wie kann der denn? Oh. War der unten oder oben? Ganz schön. Hier gibt es ein B. Der kommt wieder zurück zum Spawn. Hadi. Der kommt unten da. Guck mal, den hab ich da hinten gesehen. Der A hat verschoben. Der A hat verschoben. Der A hat schon einen Kill gemacht mit der Schottie. Na gut, das hat die nicht getroffen, hat der nämlich erstmal auf Peter geschossen. Die verschieben jetzt bestimmt wieder A. Sagen wir nochmal B. Double Fake. Ja komm, wir gehen wieder rüber. Oh, durch die Mitte. Das war ein bisschen obvious. Double Fake. Die kommen doch hinterher. 99 Schaden. Wenn die nach A verschieben, kommen die euch doch quasi entgegen. Ja, deswegen wollte ich eigentlich immer den Spawn und nicht. Wer durch die Mitte. Ja, erstmal nachladen. Nee. Hundred oder hundert Piece die Pri plea. Wtfk. Jetzt musst du gleich nachladen wenn du den triffst. Hundert Pronunciation. Nein! Wimittnysui? Wimittnysui? Wormer-Bilchitz! Eeeh, good tough guys! Wie geht's? Ich hab den Hardy und den Bronzer echt vermisst. Ich hab den Fofo vermisst, Alter! Du wirst sie halt schon erspacken. Ja, aber so hörte der sich nur mal ein. Wenn wir gegen Zuschauer spielen, werdet ihr gedisst. Ihr werdet gedisst. Ich mach keinen Unterschied, ob das Casuals oder Zuschauer sind. Wollt ihr uns kennen? Jetzt sind da auch nur Menschen. Ja, das stimmt. Ich bin übrigens A. Oh, oh, A. Ja, dann bin ich A. Popo A. B2. Mal kommen, jetzt mal einen Kill. B, 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 B. B ist die Bombe. Ma, Peter, ey. Was kannst du eigentlich? Oh, die haben geplantet, guck mal an. Wir sind vier gegen vier. Scheiße. Ach, fick dich doch, Chad, ey, ganz ehrlich. Ah, ist schon wieder ein Händler. Easy Game, Runde wieder. Easy Game, Runde wieder. Easy Game. So, was kaufe ich mir denn? Ach, komm, hier. Schön. Ja, ganz ehrlich, die Runde ist vorbei, Mann. Der spiel ist sowas von durch. Ah, ist 13-3. Komm, wir sind wieder. Jetzt können wir noch gewinnen. Oh. Oh. Nice, Adi. Direkt ein Händler-VG. Guck was. In der D und in der Mitte. Yo. Das lieb. Easy Game, würde ich sagen. Nein, das schaffen wir noch. Das ist ne CT-Map. Ja, auf jeden. Äh. Ja, ich hab auch mal ne Nova gekauft. Fuse-Kit, Junge, wichtig. Okay. Sie hat einfach wieder negativ eingestellt. Come on, let's go! Wie hat das N-Wort gesagt? Komm, wir rushen die jetzt bei dir. Mit der Short. Ach, ich hab schon den getötet. Verdammt. Die sind nicht A. B. B höre ich die Schritte. B außen. So, bam. In den Kopf rein, alter. Wo sind die denn die anderen? Ah, wahrscheinlich. Komm mal, weiter. Sulu-Delta läuft. Sulu-Delta. Oh, da hat einer hinter der Tür gewollt. Komm, wir gehen sogar straight. Hier weißt du gar nicht, irgendwie verstecken. Da unten ist einer hinten rechts, Peter. Da hinten war einer. Den hole ich. Da ist ein, vier. Wenn ihr noch einen holt, wenn ihr noch einen holt hat, dann ist. Oh. Das ist im Uldstads in S versaut. Ah, ah, ah. Erstmal einen Diffuser kaufen. Ich hole mal eine Ködergranate. So viel Geld habe ich leider nicht mehr. Doch, komm, hier. Okay, Hadi, wo geht lang? Ja, A natürlich. Direkt hier. Standard. Aha. Achso, ne, hier oben. Okay, wir kommen. So, Bam, weggiesau. Ja. B oder A? A oder B. A. A. Oh, da ist ne Awe. Oh, da ist ne Awe. Haldi, es schieß. Haldi, schieß. Scheiße. H. 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 Ich wollte halt voll abwarten. Boah, Junge, voll krass geholt die Runde. Schade, dass ich kein Diffuser hast. Ja, das stimmt allerdings. Boah, Comeback ist real, Junge. Wir machen jetzt unentschieden. Ich bin ja nur mal die Awe mit. Oh, nee, dann nicht. Nee, ich spiele lieber mit der Scout. Boah, war eine richtig geile Aktion gerade. Boah, komm, noch mal Schruttchen. Boah, macht ihr dem Ganzen kein Ende. Dass ich ganz verkackt? Klar, jede Runde, die wir holen, hält uns von unserem D-Rank ab. Was schreibt ihr da für einen Scheiß? Wollt nicht, dass ich ganz verkackt? Syntax, äh, Aua. Tja, war ohne Spaß. Hier, komm mal, die rennen hier unten lang. Wir holen uns alle D-Rank. Aua. Hä? Da sitzt schon einer drin, Mann. Hä? Wie? Okay, einfach so leugend. Da ist wieder einer. Nice, Mann. Alle wegfägt. Der liegt auf die Bombe. Ja, nice. Dann Bombebeschotter. Komm, vier gegen... Jawohl, vier gegen einen. Wir machen das jetzt. Der ist bei uns am Sporn, der kommt zu A. Der ist unten. In der Mitte ist der. Der hat gerade irgendwo die Waffe gesetzt. Dann ist der da runtergesprungen. Wo liegt die Bombe? Ach, hier. Ja, wunderbar. Warten wir jetzt hier einfach. Nee, warten geht nicht. Okay. Wir sind Sulu Delta. Wir können nicht warten. Wir müssen doch die ganze Zeit Steps machen. Das stimmt, das ist voll wichtig. Steps machen ist das Geheimnis unserer Taktik. Der ist Sulu Delta, der ist Silber Delta, Junge. Deine Mutter ist Silber Delta. Der ist Sulu-Kommando, Warte, Mann. Sulu-Kommando. Heidi von A. Was? Oh, guck mal, wer ist das denn hier eigentlich? Das ist der Peder, ne? Hi, Peder. Weil ich ja nicht gekippt und ich dich kille. Die gehen nach B. What the fuck? Wie seid ihr denn? Ihr seid mit drei Leuten da. Wie kann der die Bombe da wegnehmen? Die haben Bullshit gemacht die ganze Zeit. Was? Geht er zum B? Nee, ich bin aufs B. Die geht jetzt bestimmt A. Ja, Double-Fake, Junge. Er ist ja nur ein Fake. Boah, der ist richtig hart genutzt. Der ist ja nicht ab. Der ist B. Boah, 28, hab ich umgedrückt. Der plantet. Der wird uns jetzt, one on four, wird der uns jetzt machen. Er hat aber nur drei. Spät geplantet. Mal, was nen Lappen, ey. Leila, leila. Easy, zehn Runden noch. Jetzt sind ich P90. Oh, du darfst nichts ändern, Bram. Ich wollte gerade sagen, du darfst nichts ändern. Nein, ich wollte dir einen kicken. Das machen wir noch. Wer die den kicken. Wer witzig. Die sind die längste Folge. Gute smoke, Adi. Ja, die war mega, Junge. Die sind übrigens oben bei A. Unten auch. Ein da. Bomb ist B down, Bomb ist B down. Ja, die haben nicht gekauft. Oh! Instant gestorben mit der... Warte, ein Todesschrei. Oh! Ah. Und wenn die Bauer über B down ist, dann macht er doch was einfach machen. Der andere kommt da auch noch. Dann ist Peter, ey, du machst das jetzt mit der Aave. Das Killer. Du hast es. Der könnte auch noch oben sein. Du musst den nur sehen. Du musst den nur ficken. Wo war der? Oben bei unserem Spawn. Kommt in der AK jetzt an. Oh Gott, wie ist ein PS. Jetzt gleich Peter. 16,5 war trotzdem schon auch ganz gut. Jetzt macht er Peter. Nice! Können die den einen jetzt mal kicken? Der Conan. Ja, hat der Peter noch mal richtig bewiesen, dass er noch richtig geile Sau ist, ey. So, da geht's. Come back! Den kann ich ja nicht. Was nehme ich denn? Ich bin! Let's go! Flashbang out! Komm, vor allem Comeback ist... Bring out! Komm, komm mal, hier schluckst du mit einer. Jawohl, weg, wie der Bombe liegt. Bombe liegt Mitte. 2B unten. Die kommen jetzt schon übern zu vorn. Das waren drei. Ja, klar, Mann. 43 habe ich den gedrückt. Ich guck da immer nach. 43 habe ich den gedrückt. Bleiben die denn? Da kommen wir. Nimmst du nicht noch mit uns? Jawohl, easy, Alter. Ja, Mann! Die Fagots können nix, Alter. Die lutschen Schwänzel am Tag und in der Nacht. Wir machen das jetzt noch. Gehen. Kann jemand Geld mir legen? Nee, habe leider kein Geld. Sorry. Bitteschön. Habt ihr gelicht? Läuft, alles klar. Wir nehmen einfach die Asche, die wir nicht haben. Ich bin draufgeschissen. Bin geflasht. Egal. Du wirst sterben. Sind die da? E-Flash. 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 So, weg die Sorge. Loll, das ist der Bram. Das sind zwei. Na klar, danke. Einen noch. Fünf gegen einen. Ist er noch? Er ist down. Jetzt sind alle down. Ich bin die Füße. Wuhu. Ich bin die Füße. Ich bin die Füße. Okay. Ich bin die Füße. Ich bin kein Geld. Ich bin kein Geld. Ich bin kein Geld. Also entweder lassen die uns tatsächlich gerade gewillt oder die bauen ganz schön ab. Ich habe jetzt die Ahnung, das ist der Unterschied. Glaubst du jetzt gerade im Ernst, dass die uns nicht zappeln lassen? Nein, Mann. Wir holen das jetzt. Yo. Komm, Brom ist erster. Leck mir am Arsch. Hopp mal einen raus. Wie hat schon da durchballert der Wichser? Oldstadt ist ein fucking Cheater einfach. Da kommen wir wieder raus. Okay, Sulu Delta ist down. Wir müssen auch machen. Brambit ist vorbei. Wenn Sulu Delta gefallen ist, dann ist die Mission leider gescheitert. Siehst du, jetzt die Moral der Truppe ist gebrochen. Mitte war der. Also der kann überall hingehen. Wir machen jetzt noch ein, zwei Kills und dann ist gut. In der Jail war einer, oder? Vom Sound her. A. B. Und trotzdem noch irgendwie eine A. Ich spiel zu langsam. Wir müssen einfach drauf rennen. Echt mal, gib mal Gas. Da war einer Jail, ne? Da war einer Jail. Boah, da hat er sich gedacht, der könnte sich mal ficken. Christian, drei, zwei, eins und drauf. Ich bin schon drauf. Nice, nice. Ach ja. Mann, 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 Mann. Langweilig. Guck mal, wie du Delta kehrst zurück. Du bist der Punktverteilung. Du bist der Punktverteilung. Ich fühl mich richtig räumlich mit meinen zwei Punkten weniger als ihr Lappen. Okay, Adi. Wieder Mitte? Runter und go. Ja. Alter, wir haben alle 39. WTF? Aus der Jail. Haben die eben nicht schon auf euch gewartet? Ist doch egal. Ja. 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 Juuu. Aaaaah. Zwei. Mindestens. Okay, lass rüber gehen, Adi. Komm, go, go. In Bewegung bleiben. Ja. Okay. Weiß aber eigentlich nicht genug. Hä? Oh, die sind schon oben. Siehste, da hat mein Wingman gefehlt. Der ist auf Spot. Links um die Ecke, Adi. Links um die Ecke. Kommt jetzt rein. On me down. Bei denen hinten im Gang. Nein! Mitte, 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 Mitte. Der kommt jetzt zu diesem Doppel, wo diese Tür aufgeht. Da ist der jetzt. Was ist denn Doppel diese Tür? Da wo man die Tür aufmachen kann. Also jetzt runter. Wo kann man denn die Tür aufmachen? Unten und rechts jetzt. Da ist der. Genau da. Da war er. Da hast ihn gesehen. Hätte ich auch gesehen. Hätte ich auch gesehen. Nein. Jetzt wirst du sterben. Wow! Oh, wir machen das jetzt noch. Warum ist man diese Folge eigentlich künstlich so in die Länge ziehen? Alter, wir machen das jetzt noch. Ja, ich wollte gerade sagen, wir machen das jetzt noch. Ja, machen wir auch. Geht ihr wieder Mitte? Ja. Zeug's Power! Nein, diesmal nicht. Ich glaube, diesmal einfach über A. Boah, ich zeug's jetzt. Ja, okay. Dann gehe ich Mitte. Das ist wichtig für mich. Doch! Komm, Hadi. Wir müssen immer die Taktik weg. Jetzt ist immer die gleiche Taktik. Funktioniert nicht. Doch! Das ist der Plan von Sudodelta. Oh, Sudodelta hat sich aufgeteilt. Das wird nix. B! Hier aber. Ich muss so weit bleiben. Da, komm mal, Hadi. Ich komm hinterher. Okay. Ja, AWP's und Skull. Hier. Keine Ahnung, die Dinge heißen. Und ganz links ist eine AWP drin von euch aus gesehen jetzt, Bram. Hat der nicht gepusht? Spawn. Nice. Schau mal da. Weg die Sau. Wo ist die Bombe? Keine Ahnung. Ist egal. In Bewegung bleiben. Immer rennen. Die gehen nach A. Die gehen nach A. Die gehen nach A. Die gehen nach A. J. Brauchst nicht schlechten. Die anderen kommen auch in die A. Aber ist oben drin. Boah, alter J. Pfff. Wiesgelotter den abgeleckt. Ja, war gut. Mann, ey, blem ich doch nö. Ich wollte jetzt Bram töten, ey. Du hast, was, was, was. Was sag ich. Haha, Bram-Administration. Zeig doch mal. Du hast dabei stehen. Sei nicht so schüchtern. Tschüchtern. Ich weiß ja echt nicht, was mit denen los ist. Kannst du mir was legen? Ein Ei legen? Äh. Okay, Hadi. Sudo Delta B. Eine A hätte ich gerne. Ne, ich gehe mit. Das ist voll gut, Bram. Eine Aave? Ach super, wenn es sonst nichts ist. Ja, hast du die Kohle dafür? Ja, aber jetzt habe ich nichts mehr. Wir legen uns gegenseitig. Alles easy. Das Spiel mit COD-Spiel macht irgendwie Laune. B, aufmachbare Tür. Das Spiel mit COD macht Laune. Die Map hier spielt. Wie ist der denn hochgekommen? Die haben sich wahrscheinlich gepusht. Nee. Jawohl, den nächsten Faggot weg, alter. Da oben sind halt noch... Das ist meine Autosneifer. Hä? Ich bin tot. Aber wo kann der denn? Aber die haben A gefilmt, oder? Oder B? A. A. B. B. Eigentlich. Müsste die geflankt haben. Wieder hinter dir, wa? Ja, habe ich dann auch gerade gehört. Hadi. Oben ist... Oben ist noch eine A. Fick dich! Ach, Drecksgame! Yes! Hadi hat Spiel versaut. Toll Adi. Nice, Hadi. Gute Spiel, Jungs. GG, aber wir haben Adi im Team. Was ist? Hadi war besser, wa? Bla 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 bla. Na, der hat's gerade versaut, hast doch gesehen. Hätte er machen müssen. Hätte er machen müssen. Ja, wir hatten hier zwei so nette Russen. Äh. Machst du nix? Boah, Meklaven mit seiner Doppler-Karte richtig gewohlt. Ach, von wegen, machst du nix? Könnt ihr euch ficken, ne? Tja, vielen Dank für's für schon. Egal. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal dreien. Tschüüüüüüüüüüüüüss. Tja, wir Leute.